Was geht denn sonst in einem wunderschönen Video mit dabei? Ja! Ist leider heute Rotpilz. Wir haben uns mal wieder getroffen zum gemeinsamen Anstoßen und Trinken, Leute. Ist Wodka? Natürlich nicht. Was es eigentlich hier zusammenbringt, meine Freunde, ist Geld, so wie immer. Denn es gibt neuen Rebels, Mike. Eeeh! Das hier ist eines der beiden Designs, der link befindet sich natürlich in der Videobeschreibung, meine Freunde, also Götterk auf jeden Fall. Das Ding ist unter Vorbestellern, das heißt, ihr kriegt das ein bisschen später geliefert. Es gibt zwei Designs, einmal das hier und noch ein etwas anrüchigeres Design, welches hier auf der Homepage findet. Also klickt auf jeden Fall. Soll ich das eben nachstellen? Das Design hat die liebe Notty gemacht. Wir stellen das jetzt nicht nach, Felix. Oh, schade. Wir verweisen euch einfach auf die Homepage. Schaut auf jeden Fall drauf. Götterkenschön, Leute. Ich werde euch auf jeden Fall die nächsten Tage damit krank auf die Nerven gehen. Ihr wisst Bescheid. Der liebe Alkoholstein ist momentan tatsächlich auch irgendwie zugeschaltet. Wir gucken mal ganz, ob ich ihn bekomme. Alkoholstein? Alkoholstein? Hallo? Äh. Ah, ist er? Okay, 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 okay. Ich glaube, es gibt gerade Schwierigkeiten mit der Verbindung. Der ist ein live zugeschaltet. Der sitzt gerade im Sudan, meine Freunde. Und hat für uns krank lustige Fanfictions rausgesucht. Wir beide werden jetzt auf diese Fanfiction reagieren und das Ganze anhören mit Wasser im Mund. Und wer zuerst lacht, der wird halt, also... Der spuckt dem anderen in den Schritt. Richtig, eigentlich ist es gar nicht schlimm zuerst zu lachen, sondern eigentlich zuerst bespuckt zu werden. Ist egal. Einfach schnell mal das Ding vorlesen. Und ich würde sagen, für das jetzt geht's los. Cheers. Proceed, Mignon. Mhm, mh, mh, mh. Mhm, mh, mh. Mhm, mh. Na zdrowie. Na zdrowie, Mignon. Okay. Geht's. Okay. Von bei Easy Sleezer. Ähm Felix. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Und meine Eltern sind nicht da. Kann ich bei dir pennen? Klar, aber nur wenn du mich küsst. Für ihn war es nur ein Scherz. Doch ich hatte schon lange tiefere Gefühle. Als nur Freundschaft. Für ihn. Nur wie sollte ich es ihm sagen? Und vielleicht. Hey Felix. Bin schwul. Oh, ist das eklig. Mit dieser Stimme dabei. 1-0. Alter, das ist so unerledig. Ich bin so froh, dass Alperstein allein aus dem Sudan zugeschaltet worden ist. Das ist so geistig. Die Internetverbindung heutzutage. Das ist alles möglich gemacht. Okay. Zum Wohl. Hey Felix. Bin schwul. Willst du mich nicht in den Bib? Ich liebe dich. Okay, klar. Komm her. Der kann dich gar nicht zusammenreißen. Was wäre jetzt der Knackpunkt? Willst du mich in den Bib? Willst du mich in den Bib? Abonniert Alive. Steigen jetzt los. Drückt die Manu rein. Der Junge braucht jetzt die Millionen. Mach doch endlich. Wenn das rausschneidet. Ich schneide es Thomas. Ich seh das. Und dann gibt's. Okay. Zum Wohl, mein Junge. Losi. Also Felix, Karl und ich, bis tief in die Nacht. Gerade zocken Karl und Felix gegeneinander. Ich lehnte mich zurück und beobachtete die beiden. Okay. Eigentlich nur Felix. Wie sich sein Kiefer anspannt. Und seine Augen konzentriert auf den großen schwarzen Bildschirm starten. Dann diese Lippen. Dunkelrot. Wie er sie zusammen prägt. Und sich seine Augenbrauen immer weiter zusammenzogen. Diese verhochschütteten Haare. Piep. Und schotzt dir wunderschön. Er spuckt mir absichtlich in den Schritt, Alter. Junge, was für ein Unmensch. Jetzt denken alle, dass ich mir in die Hose gepiest habe. Guck mal, ich hab mir meine Hose gemacht. Aber das Gute ist, dass das Rehmet-Shirt komplett Wasser aufsaugen ist. Das heißt, wenn ihr damit Wasser springt, ist das Shirt nassliegt. Jetzt tauchen! So? Ja! Okay. Das war auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Ich wollte sagen, wir springen direkt zu einem etwas sexuelleren Teil. Weil, ich glaube, damit ist dann... Oder es geht, glaube ich, erst dahin, oder? Wird's jetzt richtig sexuell? Wird das jetzt geil, Alter? Bruder. Auf uns. Na's drauf, ja. Revi. Felix wedelt hin mit seiner Hand und meinem Gesicht. Komm, wir zocken doch die Runde. Kavi ist schon im Bad. Und geht danach schlafen. Aha. Okay, reicht egal. Zu hart. Hey. 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 Das ist total egal. Wir wollen nur unseren Weltstadt kaufen. Hey. Boah, das wollte ich dir jetzt nicht zumuten, Mann. Das, was sich gerade in meinem Mund rumgefleuchtert. Über diese 5-Minuten-Suppe. 15-Minuten-Tippe, ne? Wie lang muss das Video gehen? Okay, 10 Minuten und 3, wenn ich bitten darf, aber 10 Minuten und 1 ist auch okay. Okay, Felix, wir gehen noch einmal nach den Digger. Ja. Okay, dann let's go. Proceed. Mhm, 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 mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm, 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 mhm. ших, mhm, 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 mhm. Mhm. Mhm, mhm, mhm. 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 Musik Der Teppich im Ufo ist nun sauber. Let's go. Es blieb nicht bei einer Runde und auch nicht bei zwei. Aber nach fünf Runden konnte ich mich noch vom Fernseher halten und tapste ins Schlafzimmer. Ein paar Minuten später kam Felix zu mir und kuschelte sich von hinten an mich. Du solltest Mutz überpennen, wenn keiner das mitbekommt. Ich drehte mich zu ihm und sah ihn mit seinen dunklen Augen. Ist egal jetzt, flüsterte er und vereinte unsere Lieblings miteinander. Er piep mit seiner piep an meinem piep und ich ließ piep. Das ist zu hardcore. Das ist zu hardcore. Das ist zu hardcore. Ja Leute, was soll ich sagen? Ich hoffe wir haben es noch 10 Minuten gebracht. Wenn nicht, dann gibt es dann halt noch Tanzen und Thoros und was. Ihr kennt das. Schaut auf jeden Fall mit unserem neuen Schleifling vorbei, Leute. Guck mal, er saugt es wirklich auf. Es gibt ganz klasse Lieblingsmörder. Wir haben den ersten Drops seit 4 Jahren gefühlt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, Leute. Es gibt noch, wie gesagt, ein anderes sehr, sehr anrüchiges Design, was dem einen oder anderen oder der einen oder anderen ganz gut gefallen könnte. Schaut definitiv mal Alpha-Schleif vorbei. Schaut unbedingt bei Rotmutz vorbei, Leute. Das war's für diese wunderschöne Video. Vielen Dank für's Einschalten, Zusehen und Lachen und Kichern und Kaufen. Und Liken und alles. Jetzt gibt's noch ein kleines Video über Rotmutz zu sehen. Das könnt ihr in der Videobeschreibung finden. Macht's gut, alle haben's zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Schöne!